Herzlich Willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks von und mit Dr. Maria Hoffacker. Herzlich Willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Heute geht es um nachhaltige Mode und zwar um nachhaltige Luxusmode. Die Frage ist, ob das so eine Kombination ist, die überhaupt geht. Das werde ich meinen heutigen Gast fragen, nämlich die Julia Leifert. Ich begrüße Julia ganz, ganz herzlich. Sie ist eine Modedesignerin, die es wirklich geschafft hat, mit einem sehr hochgradig nachhaltigen Ansatz nach Paris und in die Vogue und eben natürlich in die Berliner Fashion Week zu kommen. Und ja, einfach ein fester Bestandteil da ist. Und einen wirklich wunderbaren neuen Ansatz hat, Nachhaltigkeit mit Luxusmode und eben mit ganz exklusiver Mode zu verknüpfen. Und ich bin hochgerecht gespannt. Es kostet ja auch unheimlichen Mut, wie ich finde, in diesen Sektor vorzudringen mit so einem sehr, sehr klaren Konzept. Und das wollen wir mal ein bisschen näher beleuchten, beziehungsweise auf den Grund gehen, wie das klappt. Weil sie empowert einfach Weiblichkeit mit ihrer Mode und hat sich auch das auf die Fahnen geschrieben. Und klar, es gehört dazu, dass wir uns wunderschön auch mit entsprechenden Kleidungsschmücken schmücken können. Und alle schwärmen ja davon, was gerade so in Paris wieder Mode ist. Und insofern hat das so einen kleinen Anreiz, wie ich jedes Mal finde. Ja, Julia, nochmal ganz, ganz herzlich willkommen. Und ich würde dich gerne fragen, beziehungsweise die erste Frage geht natürlich dahin, wie du dazu gekommen bist, wie dein Werdegang oder deine Passion für Mode sich entwickelt hat und wie du auf die Idee kamst, so ein nachhaltiges Modelabel zu gründen. Erstmal, ja, vielen, vielen Dank, liebe Maria, für das Intro, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Das ist tatsächlich mein allererster Podcast, den ich heute mit dir begleiten darf. Insofern ist das etwas ganz Besonderes und auch sehr, sehr Schönes. Und ich bin, mein Name ist Julia Leifert. Ich bin die Gründerin und die Designerin des gleichnamigen Brands. Und habe tatsächlich, wie du schon sagst, mich der Aufgabe verschrieben, Nachhaltigkeit und Luxusmode miteinander zu kombinieren, weil bis dato ist das immer noch ein Stück weit eine große Herausforderung. Zu meiner Person, ich bin jetzt 39 Jahre alt und habe tatsächlich keinen klassischen modischen Hintergrund. Ich habe mich, ich glaube, seit ich denken kann, immer mit Design und mit Kunst und auch mit Mode ein Stück weit beschäftigt. Ich bin aber eigentlich in einer ganz, ganz anderen, ja, oder ich habe in einer anderen Ecke angefangen, sagen wir es mal so. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus Süddeutschland. Da bin ich in einer Kleinstadt aufgewachsen, habe da immer sehr viel mit Natur, mit Tieren zu tun gehabt. Meine Familie hat seit jeher immer Hunde gehabt. Ich bin viele, viele Jahre jahrzehntelang geritten, hatte auch eigene Pferde und habe da mich auch sehr früh tatsächlich auch so mit Natur auseinandergesetzt, mit Tieren, mit auch der Verantwortung gegenüber den Tieren und der Natur. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, war da auch schon immer ein gewisses Interesse da für Kunst und für Design. Meine Mutter ist zum Beispiel Kunsthistorikerin. Das heißt, wir haben auch sehr viele Bücher zu Hause, die sich natürlich dann mit solchen Sachen dann auch beschäftigen. Auch Archäologie, auch Industriedesign, Architektur und alles so Sachen, mit denen ich mehr oder weniger relativ selbstverständlich in Berührung gekommen bin. Ich kann mich auch noch zum Beispiel daran erinnern, meine Großmutter hatte einen sehr, sehr großen Dachboden. Und meine Schwester und ich, sie ist ein bisschen älter als ich, aber wenn wir da dann auch als Kinder zu Besuch waren, da haben wir uns stundenlang auf diesem Dachboden rumgetrieben und da gespielt. Und da gab es einen Koffer mit ganz vielen alten, tollen Roben, die teilweise noch aus der Jahrhundertwende waren. Und ich kann gar nicht mehr genau sagen, wo die herstammten, aber ich weiß noch, dass mich einfach so diese Teile, die Verarbeitung, das alles total fasziniert hat. Und ich habe als Kind Ballett getanzt. Ich habe sehr, sehr lange intensiv Unterricht bekommen im Zeichnen, im Malen und so. Also es war immer irgendwie Teil meines Lebens. Und ich habe dann aber nach dem Abitur beschlossen, dass ich ja in erst mal so die klassische juristische Richtung gehe. Also auch was ganz anderes. Ich wollte gerade sagen, das ist ja die harte Schule. Genau, die harte Schule, das habe ich dann am Bodensee gemacht und aber auch so ein Stück weit, weil ich ja nicht wusste genau, in welche Richtung es gehen soll. Und ich dachte dann, okay, damit bin ich auf jeden Fall breit aufgestellt. Damit kann ich in alle Bereiche gehen. Und es hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil es auch ein Stück weit, was viele nicht wissen oder nicht denken, auch was mit Kreativität zu tun hat, also verschiedene Lösungsansätze zu finden und da auch einfach Wege auszuprobieren. Das ist natürlich auch immer ein kreativer Prozess. Nichtsdestotrotz hat mir das Handwerk oder auch einfach so dieses Design hat mir ein Stück weit gefehlt. Und ich habe da in der Zeit dann angefangen als Hobby mehr oder weniger tatsächlich mit der Schneiderei und habe auch mit Schnittkonstruktionen mich sehr viel beschäftigt und habe da in meinem Studentenzimmer sozusagen dann immer so als Hobby die Nähmaschine stehen gehabt und dann nebenher dann so angefangen, mir selbst und auch anderen Sachen umzunähen oder selbst mal was zu entwerfen und auch tatsächlich was anzufertigen, auszuprobieren und einfach mich da so ein bisschen kreativ auszuleben, kann man so sagen. Und habe dann auch beschlossen, ich möchte gerne in die Modeindustrie gehen. Also ich wusste auch da noch nicht genau, in welche Richtung, aber ich wusste, okay, ich möchte gerne da irgendwo Fuß fassen und habe dann auch aufgrund dessen nach dem Jurastudium dann noch Mode- und Designmanagement an der AMD in Berlin angefangen zu studieren und habe während dieses Studiums mich sehr intensiv mit der Modebranche auseinandergesetzt. Das war, glaube ich, so das allererste Mal, dass ich wirklich auch mich mit den Hintergründen beschäftigt habe. Also es war immer so, natürlich ich so in meiner kleinen Fairytale-Welt habe dann immer gedacht, Mode, das hat was natürlich mit dem Handwerk zu tun, auch so die ganzen Dokumentationen, die man so von Coutilliers kennt, das ist immer alles irgendwie schön und das ist alles aufgeräumt und das ist alles irgendwie, ja, es hat sehr viel einfach mit Ästhetik auch zu tun und ich hatte mir bis zu dem Zeitpunkt keine Gedanken darüber gemacht, wie die Industrie eigentlich aussieht. Also wenn man jetzt gerade davon spricht, also von Fast Fashion, von aber auch sehr vielen Prêt-à-Porté-Häusern, das sind natürlich einfach alles so Sachen, die abstrakt natürlich immer im Hinterkopf da sind. Ja, ja, es wird im globalen Süden dann auch gefertigt, aber diese Vorstellung, wie sich das, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, wie das alles tatsächlich dann auch vonstatten geht, das war zu abstrakt, das war für mich nicht greifbar und wie gesagt, während dieses Studiums habe ich dann angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann irgendwann festgestellt, Mode, ja, das ist etwas, was mich wirklich bewegt und was mir sehr viel bedeutet und wo meine Leidenschaft liegt, aber in dieser Industrie kann ich so nicht arbeiten, wie ich mir das überlegt hatte. Also es war irgendwie, es war so eine Art Kulturschock und ich habe für mich festgestellt, okay, ich weiß nicht, wie ich da unterkommen soll, weil es ist so desaströs, dass ich das mit mir irgendwie nicht vereinbaren kann und habe mich dann, nachdem ich dann irgendwie so total desillusioniert war, weil es irgendwie kein Unternehmen gab, bei dem ich jetzt wirklich gesagt habe, okay, das ist etwas, wo ich wirklich so das Design auf der einen Seite sehe und da auch tatsächlich dahinter stehe, auf der anderen Seite dann die Nachhaltigkeit irgendeinen Stellenwert hat, habe ich mich dann gefragt, warum ist das so? Also was ist das Problem? Warum ist das nicht miteinander vereinbar? Es kann doch nicht sein, dass außer mir niemand dieses Problem sieht und erkennt und erkennt und also es muss irgendetwas, irgendeinen Grund geben, warum das nicht angegangen werden kann. Und daraus ist dann mehr oder weniger relativ, ja, spontan oder und auch beiläufig die Idee entstanden, ein Projekt zu starten. Das war am Anfang mehr oder weniger einfach nur so für mich beziehungsweise es war dann auch irgendwann dann Teil meines Studiums, dass ich daraus dann auch so ein Stück weit, ja, so eine Art Portfolio machen wollte, dass wenn ich mich mal irgendwo bewerbe, ich dann auch einfach sagen kann, okay, ich habe mich auch so ein bisschen mit Lösungsansätzen auseinandergesetzt und da einfach auch, ja, um zu zeigen, okay, man kann die Dinge auch anders denken und habe dann angefangen, dann auch nachdem ich dann während des Studiums für ein Auslandssemester dann in New York war und da auch festgestellt habe, dass da mit einer ganz anderen Mentalität an die Dinge rangegangen wird und dass da sehr viel mehr ausprobiert wird, weil ich in meiner Welt dachte immer, okay, wenn du ein Unternehmen gründest, dann brauchst du einen Businessplan, dann brauchst du Investoren, dann brauchst du ein großes Team, dann brauchst du was auch immer alles und da an dieser Stelle bin ich noch lange nicht. Und dann war ich in den USA und das war einfach so diese Hands-on-Mentalität, jetzt so, wir schauen einfach, wie es läuft, wir machen einfach und das hat mich total fasziniert und sehr geprägt und deshalb habe ich dann auch tatsächlich dieses Projekt dann ins Leben gerufen und habe gesagt, okay, ich möchte für mich zeigen, aber auch irgendwie für andere zeigen, dass man, wie gesagt, nur doch einfach neu denken kann und da einfach sagen kann, Nachhaltigkeit und Design schließen sich nicht aus, weil das ist bis heute eigentlich immer noch in vielen Bereichen so, dass wenn man an Nachhaltigkeit denkt, man denkt an relativ basic Bekleidung, man denkt an das weiße T-Shirt, man denkt irgendwie an Bio-Baumwolle und das hat eigentlich mit Mode nicht viel zu tun, das ist tatsächlich Bekleidung. Auf der anderen Seite, wenn man an Mode denkt, dann denkt man an sehr viel Opulenz, dann denkt man an spannende Schnitte, an Drucke, an was auch immer, an alles, aber nicht an Nachhaltigkeit. Und das Ziel war es oder ist es, diese beiden Aspekte im Kopf miteinander zu verknüpfen, weil das eine schließt das andere nicht aus und eigentlich ist beides miteinander so eng verbunden und muss auch eine gewisse Selbstverständlichkeit werden, dass das in Zukunft so zusammenhängend ist, dass das sofort ein und dasselbe ist. Und dann habe ich, wie gesagt, damit angefangen, aber mir auch gar nicht weiter darüber Gedanken gemacht, wo das hinführen kann, sondern es war einfach so aus diesem Bedürfnis heraus, das zu zeigen, dass das geht. Und dann habe ich eine kleine Kollektion entworfen und habe ja auch dazu dann natürlich passend dann die Website aufgesetzt, Fotos machen lassen. Also dieses ganze Prozedere, was man so macht, wenn man eine neue Kollektion hat, das einfach alles so durchexerziert. Und hatte dann das große Glück, dass relativ kurze Zeit später die erste PR-Argentur auf mich zugekommen ist, was für mich natürlich ein großer Schritt war. Und für mich auch erst mal, ja, wie soll ich sagen, also es war überraschend, weil ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht als Modedesignerin gesehen und ich hatte auch das, was ich tue, nicht als absolutes Novum gesehen. Also in gewisser Weise schon, aber auf der anderen Seite dachte ich, na ja, wenn ich das mache, dann können das sicher viele andere auch. Und das ist irgendwie nur einfach was, was man mal anstoßen muss. Und ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es tatsächlich eigentlich eine neue, eine ganz neue Richtung ist und dass die auch noch bei weitem, auch bis heute noch in vielen, vielen Bereichen überhaupt nicht denkbar oder etabliert ist oder auch ganz am Anfang erst. Und daraus hat sich dann so nach und nach, dann auch in relativ kurzer Zeit dann relativ viel entwickelt. Also ich habe dann kurze Zeit später dann meine erste Anfrage bekommen von der Mercedes-Benz Fashion Week damals noch in Berlin. Ich habe Runway-Shows gemacht. Ich hatte tatsächlich dann auch, ja, relativ viel Presse. Ich hatte Auszeichnungen, habe ich erhalten im Nachhaltigkeitsbereich, aber auch für Designs und bin dann zu Fashion Weeks dann nach Paris, nach New York gefahren und habe da tatsächlich dann so sukzessive angefangen, das Ganze dann aus- und aufzubauen. Und habe aber am Anfang ja noch studiert bis 2015. Also so 2014 habe ich angefangen. Bis 2015 habe ich dann meinen Abschluss gemacht. Und nebenher auch noch gearbeitet und habe dann irgendwann einfach festgestellt, okay, es wird zu groß. Und da musste ich dann auch diese Entscheidung treffen. Und es war dann auch die Entscheidung dann, entweder ich mache es jetzt ganz, bevor ich auch tatsächlich so ein bisschen Angst hatte, weil ich ja da einfach so reingestolpert bin ein Stück weit. oder ich muss aufhören und mir einen Job suchen. Und da war aber einfach so natürlich dann auf der einen Seite die Neugierde. Bis wohin kann es gehen? Was kann es sein? Und auf der anderen Seite natürlich auch aufgrund des Feedbacks und aufgrund natürlich auch meiner dann da schon gesammelten Erfahrung einfach auch so diese Vision auch ein Stück weit, es kann tatsächlich funktionieren, was zu verändern, die natürlich dann da auch schon zu sehr gefestigt war, dass ich gesagt habe, okay, ich wage es jetzt. Und habe dann angefangen, das aufzubauen, was es jetzt heute ist und hoffentlich noch lange, lange sein wird und werden kann. Ja, echt coole Geschichte, muss ich sagen. Und auch hochgradig mutig, was dann ja aus so einem, wie du sagst, aus einem Projekt dann entstanden ist. Also allein, dass man mal ausprobiert, wie es sein kann und wie es dann weitergehen kann. Aber was ich auch noch nicht ganz so verstanden habe, weil gerade Luxus steht ja für edel, für ein total tolles Wohlgefühl. Man hat ein wunderbares Design an. Es ist in der Regel ein Unikat, dass da sozusagen so wenig Wert, wenn du so kommst zu mir, mich rüber, in der Herstellung selber liegt. In Materialien wahrscheinlich schon, aber nicht, wie diese Materialien dann entstanden sind beziehungsweise wie sie gefertigt werden und dann eben ja auch genäht werden. Das sind ja mehrere Schritte. Und das kann man ganz schwer verstehen, finde ich, dass das nicht direkt eine Kopplung ist. Und ich wollte dich noch mal fragen, wie bist du da genau rangegangen? Oder welche Erfahrungen haben dich da ja so gesagt, in dieser Industrie kann ich so gar nicht arbeiten, ohne eben den Nachhaltigkeitsfokus direkt originär auch damit zu verknüpfen? Welche Steps waren das hauptsächlich? Also in welchem Bereich, denkst du, war da der Hauptbedarf, sich da mal konkret drum zu kümmern? Also ich glaube, wenn wir uns die Industrie heute so angucken, dann ist das insgesamt, ja, ich glaube, dem Umstand geschuldet, dass sehr viele Unternehmen vor allem zahlengetrieben sind. Also die Unternehmen sollen natürlich möglichst großen Umsatz machen. Die Unternehmen sollen wachsen und die Kosten müssen irgendwie gesenkt werden. Der Gewinn muss maximiert werden. Und das ist eigentlich so die Denkweise, die flächendeckend wahrscheinlich auch über die Branchen hinweg, also nicht nur in der Modeindustrie, einfach vorherrschend ist. Und da geht es natürlich dann darum, immer wieder Wege zu finden, mehr, günstiger, nach Möglichkeit besser zu produzieren und das natürlich dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Und da sind natürlich dann andere Aspekte, wie die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden in den teilweise Lohnnähereien oder auch die Anbaubedingungen für die Rohstoffe sind dann da relativ nebensächlich. Und es wird natürlich dann immer geschaut, wo kann ich, wie gesagt, auf den Preis schauen. Und es ist natürlich auch so, wenn ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum gewachsen ist. Also ich habe damals festgestellt, 2014, als ich angefangen habe zu recherchieren, auch sehr viel Stoffmessen war, sehr viel unterwegs war und mir sehr viele auch Betriebe angeschaut habe, die Infrastruktur war oder ist teilweise auch noch eine ganz andere. Also natürlich auf der einen Seite hat das Thema Nachhaltigkeit oder jetzt dann auch Ressourcen oder und Herstellungsmethoden und auch Herkunftsland oder sowas überhaupt keine Priorität gehabt. Das waren einfach so Sachen, also ich habe sehr oft erlebt, dass ich, wenn ich Stoffhändler gefragt habe, wo kommt das Rohmaterial her? Sei es jetzt von der Wolle, Wo leben die Schafe? Zum Beispiel, ist das jetzt Wolle, die aus Australien kommt? Ist das Wolle aus Südamerika? Ist das europäische Wolle oder so? Dann konnten sie mir keine Antwort geben. Wenn ich gefragt habe, wo kommt die ursprüngliche Baumwolle her? Wurde die mit Pestiziden behandelt? Wie wird gepflückt? Wird es maschinell gemacht? Wird es von Hand gemacht? Das sind alles so Sachen. Wie wurde der Stoff dann gefärbt? Das waren Dinge, da konnte mir keiner Antwort drauf geben. Das waren aber auch Fragen, die wurden noch nie gestellt. Und dementsprechend, wenn natürlich die Fragen nicht gestellt werden, dann muss man sich auch mit den Antworten nicht auseinandersetzen. Und dann wird dann auch natürlich dann entsprechend nicht weiter zurückgefragt und auch nicht nachverfolgt, sondern es ist ein schöner Stoff. Der fasst sich gut an. Der hat eine gewisse Voraussetzung, die ich für ein gewisses Design brauche. und dementsprechend wird er dann gekauft. Und das ist natürlich etwas, was sich über viele, viele Jahrzehnte auch ein Stück weit natürlich etabliert hat und was jetzt erst sich langsam ändert. Also dass da tatsächlich dann, dass man merkt, dass das Unternehmen sich damit auseinandersetzen, dass aber auch sich die Kunden, also jetzt Designer oder dann tatsächlich auch Endkunden mit den Themen auseinandersetzen und dass durch dieses Anstoßen, Fragen stellen, immer wieder recherchieren, sich selbst informieren und natürlich dann auch ein Stück weit überlegen, wie kann man mit welchen Sachen dann auch neue Wege gehen, anders arbeiten, welche Ansätze gibt es. Dadurch entwickelt sich erst was. Und das Gleiche ist natürlich auch mit Arbeitsbedingungen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie wenig Infrastruktur wir nur noch in Deutschland haben, wie wenig Infrastruktur wir nur noch in Europa haben. Das sind natürlich alles so Sachen, die sind natürlich im Laufe der Zeit irgendwann zurückgegangen, als die Modeindustrie angefangen hat, in den globalen Süden zu gehen für die Produktion. Und da herrschen natürlich dann ganz andere Arbeitsbedingungen als in unseren Breitengraden. Wir zum Beispiel in Deutschland, wir waren früher eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt, was die Begleitungsindustrie anbelangt. Also es gab gerade in Thüringen, in Sachsen gab es sehr, sehr große Betriebe. Es gab auch gerade an den polnischen Grenzgebieten, gab es sehr viel Infrastruktur im Süden Deutschlands. Das ist das meiste davon ist nicht mehr da. Und das ist natürlich etwas, was super schade ist, weil erstens mal ist natürlich dadurch, die ganze Gegend musste sich neu aufstellen, was jetzt dann Arbeitsplätze anbelangt. Das ganze Know-how ist verloren gegangen. Das sind alles so Sachen, die natürlich, ja, ein Stück weit, einfach, wenn es nicht mehr nachgefragt ist, weil man woanders günstiger produzieren kann, also ich verstehe das ein Stück weit, dass die Unternehmen so reagiert haben und dass sie natürlich dann, wenn die ganzen Preiskämpfe dann gerade auch wegen der vertikalen Anbieter da immer, immer stärker werden, dass man da versuchen muss, sich anzupassen, um natürlich auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Insofern war da, wie gesagt, einfach nie ein Fokus drauf. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch, ja, sehr, sehr schade, dass wir jetzt heute in dieser Situation sind, und dass wir einfach da viel zu wenig Wert drauf gelegt haben in den letzten Jahrzehnten und das einfach auch völlig untergegangen ist und da, wie gesagt, das Profitstreben einfach immer im Vordergrund stand. Ja, du hast jetzt ja auch die Ökonomie auch angesprochen. Also es muss ja sozusagen natürlich beides unter einen Hut gebracht werden, also Ökonomie und Ökologie. Wie ist das bei dir geartet? Hast du nicht Angst gehabt, dass es ökonomisch nicht funktioniert, wenn du diesen Ansatz fährst? Oder wie bekommst du das heute hin, dass Ökonomie und Ökologie harmonisiert? Wird das bezahlt quasi, dass du ein ökologisches Produkt hast? Und dass sozusagen, wenn man das Kleidungsstück trägt, man eben auch nochmal ein ganz anderes Gefühl natürlich da entwickelt hat, weil man weiß, dass es von der Nachverfolgbarkeit der Materialien alles entsprechend nachhaltig ist? Oder wie hast du das gestaltet, dass du sowohl ökonomisch als auch ökologisch da entsprechend auf der positiven Linie bist? Es ist relativ schwierig. Also wenn wir uns Umfragewerte anschauen, dann ist es mittlerweile tatsächlich so, dass ich glaube, also ich kenne die Zahlen jetzt gerade nicht auswendig, aber um die 80 Prozent der Deutschen geben an, sie würden mehr für ein nachhaltig oder fair produziertes Produkt ausgeben. Und ihnen ist das wichtig, wenn sie zum Beispiel etwas konsumieren oder kaufen. Das andere ist dann tatsächlich die Realität, wenn man an der Kasse steht, dass unter Umständen dann doch der Preis ausschlaggebend ist für den letztendlich, für den Kaufprozess. Insofern ist die Nachhaltigkeit, es ist ein schönes Add-on. Es muss meiner Meinung nach auch eine Art Selbstverständlichkeit werden. Das ist ganz wichtig. Es ist aber im Moment noch nicht der Grund, warum man etwas kauft. Das heißt, es ist natürlich auch ganz klar, dass man, wenn man wettbewerbsfähig sein möchte im Markt, man entweder auf der einen Seite sehr, sehr gut argumentieren muss, warum ein Produkt das und das kostet und entsprechend natürlich auch transparent sein muss. Auf der anderen Seite eigentlich die Mehrkosten, die natürlich dadurch entstehen, nicht weitergeben kann. Und das mit dem Erklären, dass das erschließt sich, wenn man zum Beispiel in Produkten des täglichen Bedarfs denkt, dann ist das durchaus logisch oder wie gesagt, das kann man gut verargumentieren, wenn jetzt zum Beispiel eine Tomate 20 Cent mehr kostet, weil sie besser und nachhaltiger und ohne Pestizide und was auch immer dann angebaut wurde, weil sie natürlich da ein Stück weit arbeitsintensiver ist und pflegebedürftiger als jetzt die, die irgendwo unter Plastik gezogen wurde und konventionell gebaut wird. Im Design ist das so ein bisschen was anderes. Also natürlich sind die Kosten sehr viel höher für die Produktion an sich. Die Materialkosten sind natürlich sehr viel höher. Aber nichtsdestotrotz hat man natürlich immer noch auch so diesen, ja, relativ abstrakten Wert des Designs an sich, der ja auch ein Stück weit mitkostet. Und da ist es so, dass man dann natürlich dann auch immer ein Stück weit individuell dann auch betrachten muss. Also jetzt, wenn man bei einer Marke wie Louis Vuitton einkaufen geht, dann zahlt man natürlich dann auch die Marke, den Namen mit, nicht nur rein das Design. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es dann auch natürlich Brands, die sind dann ein Stück weit günstiger und so. Aber das sind immer so Sachen, da muss man einfach so ein bisschen abwägen. Also es ist schwierig zu verargumentieren, warum jetzt dieses Design so sehr viel mehr kostet als das andere. Das ist ähnlich wie in der Kunst. Und dementsprechend kann man natürlich da jetzt nicht sagen, ah, dann schlage ich noch irgendwie die Preise des Materials oder meine Kosten on top. Insofern, also ich mache das auf gar keinen Fall. Also ich gebe diese Extrakosten nicht an meine Kunden weiter. Das heißt, dass ich dadurch natürlich dann auch eine entsprechend kleinere Marge habe. Aber weil ich auch einfach sage, für mich hat Nachhaltigkeit was mit der Qualität zu tun. Also das hat was damit zu tun, wie die Sachen gefertigt sind, wie langlebig sie sind. Das hat was mit der Qualität auch einfach des Materials zu tun. Und das sind einfach Sachen, die sind für mich eine Selbstverständlichkeit. Und dementsprechend dürfen sie meiner Meinung nach auch nicht den Kunden oder die Kunden mehr kosten, sodass ich das auch nicht an meine Kunden weitergebe und da mich auch im Bereich dessen, was vergleichbare Designer-Marken kosten, dann einfach bewege. Ja, verstehe. Und wie hast du das Gefühl, ist das Ganze jetzt, wenn man jetzt nach Paris, New York und eben in die internationale Szene guckt, wird das adaptiert? Finden da so langsam zarte Pflänzchen der nachhaltigen Luxusmarken statt? Oder wie würdest du das einschätzen? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel getan hat. Das hat natürlich auch, oder denke ich zumindest ein Stück weit, auch mit der Pandemie zu tun, das dadurch auch ein generelles Umdenken angesetzt hat oder eingesetzt hat. Dass wir einfach festgestellt haben, also insgesamt, wenn jeder bei sich selbst so ein bisschen guckt, wir haben ja alle dann so überlegt, okay, was ist mir wichtig? Was brauche ich? Was will ich eigentlich? Auf was kommt es wirklich an in meinem Leben? Und wir haben alle festgestellt, okay, wir haben so wahnsinnig viele Klamotten im Schrank und eigentlich kann man die alle sowieso gerade überhaupt nicht gebrauchen, weil wir alle zu Hause waren. Und viele Leute haben auch angefangen, ihre Kleiderschränke erst mal total auszumisten und da einfach wirklich dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt einfach mal hier so einen Cut und Tabula Rasa und schaue mir alles wirklich an und was von dem ganzen Zeug brauche ich eigentlich überhaupt noch? Und es gibt mittlerweile sehr viel auch tolle Brands, also tolle auch junge Brands, die sich wirklich da auch der Nachhaltigkeit verschreiben. Also wenn man sich in Skandinavien umguckt, also jetzt zum Beispiel in Kopenhagen gibt es ja die Fashion Week, da sind bestimmte Grundkriterien jetzt mittlerweile tatsächlich fest etabliert, dass sich Brands dann nur noch bewerben oder beteiligen dürfen, die eine gewisse Grundstruktur an nachhaltigen Aspekten erfüllen. Wenn man sich dann anschaut, dass Paris die Parole ausgegeben hat, dass sie bis 2024 die nachhaltige Metropole Europas oder die nachhaltige Metropole sein wollen, dass es jetzt Marken gibt, nicht mehr nur Stella McCartney, sondern auch Unternehmen wie Chloé, die jetzt seit kurzem eine B Corp sind, zusammen mit Gabriella Hurst, die selbst auch eine Marke hat, die sehr nachhaltig und sehr toll ist. Also es tut sich sehr viel und da sind natürlich dann auch jetzt, wenn einzelne Leuchttürme anfangen, da umzudenken, voranzugehen, sind das natürlich dann auch die Inspirationsgeber für dann weitere Marken, die natürlich dann anfangen mitzuziehen, die natürlich dann auch feststellen, das ist etwas, was unsere Kunden auch interessiert, was sich auch jetzt abseits von der absoluten Notwendigkeit, dass wir einfach jetzt wirklich ins Handeln kommen, sich unter Umständen auch rechnen kann, weil viele hatten immer nur diese Kostenblöcke im Blick bis dato und ja, natürlich ist es schwierig, ein bestehendes Unternehmen umzustrukturieren. Natürlich ist es auch mit sehr viel Mehraufwand, mit Recherche, mit Arbeitsablaufplänen verbunden, die geändert werden müssen, aber man stellt immer mehr fest, dass es auch Möglichkeiten gibt, das wirklich langfristig und gut und auch sinnvoll zu etablieren und dementsprechend gibt es immer mehr Balance und das ist eine tolle Entwicklung, die ich da sehe, ja. Ja, das macht ja richtig Mut, muss ich sagen. Absolut. Ja, vor allen Dingen kann man ja auch Lieferketten, und ganze Bereiche, wo man dann eben Stoffproduktion und so weiter hat, wirklich gemeinsam dann umstrukturieren. Dann würden ja auch die Händler beziehungsweise Hersteller auch eine ganz andere Anreizsituation haben, bestimmte Kriterien zu erfüllen bei der Herstellung. Genau, also da, glaube ich, gibt es auch mittlerweile sehr viele Zusammenarbeiten, die auch darauf ausgerichtet sind, tatsächlich gemeinsam auch neue Wege zu entwickeln, zu etablieren und auch auszutesten. Und das sind alles ganz spannende Entwicklungen, dass da einfach tatsächlich auch wirklich gemeinschaftlich nach neuen Lösungsansätzen gesucht wird und die ganze Branche sich dadurch dann auch ein Stück weit entwickeln kann. Ja. Und wie sieht das in der Herstellung selber aus? Du arbeitest ja, glaube ich, mit Herstellern und Näherinnen in der Nähe von Berlin, Potsdam, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, genau. Also im Umkreis von 150 Kilometern im Berliner Raum, teilweise auch in den polnischen Grenzgebieten. Da, ja, habe ich so meine drei Produktionsstätten jetzt mittlerweile, mit denen ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, schon seit Anbeginn und mit denen ich da auch, ja, hoffentlich noch sehr, sehr langfristig einfach weiter wachsen und mich entwickeln kann, ja. Was heißt, da ist das Know-how zurückgekehrt oder wie hast du die überhaupt gefunden? Weil du sagtest ja anfangs, dass es gar nicht mehr gab, ne? Ja, genau. Also es ist entweder zurückgekehrt oder es waren dann ein paar der wenigen, die dann noch geblieben sind. Und also es ist sowohl als auch. Also entweder jemand, also auf der einen Seite war es jemand, und die Dame hatte eine kurz vor der Insolvenz stehende Produktionsstätte übernommen und hat dann gesagt, okay, ich möchte die Arbeitsplätze erhalten, ich möchte da auch weiter investieren, ausbauen, das einfach dann die Infrastruktur damit ein Stück weit stützen. Auf der anderen Seite habe ich einen ganz alten Familienbetrieb, die, ja, früher mal sehr groß waren und dann immer kleiner wurden und die natürlich da auch händeringend dann nach Kunden gesucht haben und die fantastische Arbeit leisten. Also es ist auch ein Team aus ausschließlich Frauen. Und sie selbst, die Eigentümerin, ist jetzt mittlerweile auch schon über 60 und die, ja, spricht von ihren Mitarbeitenden immer von meinen Prinzessinnen. Also es ist ganz zauberhaft. Und da ist dieses ganze alte Know-how tatsächlich noch vorhanden. Und sie sind total glücklich, wenn sie da einfach auch, ja, da weitermachen können. Da haben wir allerdings das Problem, dass wir überall sehen, dass keine neuen Generationen nachkommen. Also dass niemand mehr dieses Handwerk erlernen möchte, dass es immer schwieriger wird, Nachwuchskräfte auch zu generieren, weil es natürlich auch ein sehr, sehr anstrengender, ein sehr herausfordernder Job ist, weil man da natürlich auch, ja, ein Stück weit bereit sein muss, wirklich da auch körperlich zu arbeiten. Und das wollen viele nicht mehr. Sie wollen dann, wenn, dann direkt ins Design gehen oder was ganz anderes machen. Aber tatsächlich, das Handwerk, das, ja, will fast keiner mehr lernen, was total schade ist. Ja, also. Ja, was ich auch total schade finde, dass ich es nicht kann. Also ich hätte das wahnsinnig, also wenn ich jetzt heute so zurückdenke, ich hätte wahnsinnig gerne eine Schneiderausbildung gemacht und dann Modedesign studiert. Also ich bin ja, wie gesagt, ein kompletter Quereinsteiger und ich mache das also alles autodidaktisch. Ich also sitze selbst auch an der Nähmaschine und arbeite da auch. Aber das, also das Handwerk an sich macht wahnsinnig viel Spaß, weil man da auch einfach merkt, wie was entsteht und wie man, wie man tatsächlich dann auch so diese ganze Kreativität da in ein Produkt stecken kann. Und das ist, das ist etwas total Befriedigendes. Also wenn man da hinterher dann was in den Händen hält, was man selber gemacht hat, das ist schon toll. Ja, es ist total befriedigend. Es ist ganz was anderes. Also ich durfte auch während meiner Schulzeit, ja, lernend an einer Nähmaschine zu arbeiten und habe auch einige Teile, ich will das, also logischerweise, nach Schnittmuster, ich glaube, Burda-Schnittmuster waren es damals, hat man das dann selber gemacht. Glaube ich heute auch noch, ja. Ja, ja, genau, weil das ist ja auch noch diese Generation, ne, Enne Burda, die dann eben für, in Anführungszeichen, normale Frauen eben diese Schnittmuster gab und dann, dass man das selber nach, ja, im Endeffekt nachschneidern konnte. Und ich muss auch sagen, also ich habe eine Bluse und ich weiß gar nicht mehr, alle möglichen Teile selber zusammengenäht und geschneidert, auch ausgeschnitten und so weiter. Also es ist schon toll, ne, also wie das dann wächst und auch, ich war auch ganz stolz, muss ich im Nachhinein noch sagen, wie ich das hingekriegt habe, da so einen Ärmel in so eine Bluse einzunähen. Und es ist auch spannend, also wenn man dann auch erstmal, also da tatsächlich auch erstmal begreift, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass so ein Teil wirklich auch erstmal entsteht, weil wir haben ja alle dazu ein Stück weit diesen Bezug verloren, weil wir genau ja niemanden mehr haben in unserer Umgebung. Also früher wurde sehr viel noch irgendwie selbst geschneidert oder geändert oder repariert. Das kennen wir ja alles gar nicht mehr. Und oft hat man auch so, also wenn ich mich gerade auch so mit jüngeren Menschen unterhalte, dann ist dann immer so ein bisschen so diese Grundidee abstrakt, so im Hinterkopf. Ja, man drückt vorne auf den Knopf drauf und hinten aus der Maschine kommt irgendwas raus. Aber das ist bei Bekleidung oder und bei Mode ja was ganz anderes. Also das ist ein Produkt, was extrem viel Handarbeit erfordert, dadurch, dass das sogenannte Biegeschlaffe Materialien sind. Also die Stoffe, die sind ja, die verziehen oder verschieben sich ja in alle Richtungen. Und das kann man relativ schlecht automatisieren. Also man kann unter Umständen teilweise Produktionsschritte automatisieren, aber im Großen und Ganzen wird es immer irgendwann oder gibt es diesen Punkt, dass man irgendwann jemanden braucht, der tatsächlich an einer Maschine sitzt, jetzt Nähmaschine oder Kettlemaschine und so, und tatsächlich dieses Stück bearbeitet. Und das ist einfach, wenn man sich schon alleine mal seine Sachen anguckt, die man zu Hause hat, wie viele Einzelteile das alles sind. Die müssen alle von Hand bearbeitet werden. Und dann ist ja, das ist ja nur die Produktion, das letztendlich des Kleidungsstücks. Also der Stoff muss hergestellt werden. Das geht auch teilweise nicht einfach so automatisch. Das muss noch gefärbt werden. Dann muss das unter Umständen, wird der Stoff noch ausgerüstet mit irgendwas. Und das sind alles so Sachen, da sind so viele kleine Arbeitsschritte dahinter, was man überhaupt nicht denkt. Also das ist so, das ist total abstrakt. Und ja genau, wenn man selber dann mal irgendwann etwas geschneidert hat und dann festgestellt hat, wow, das habe ich selbst gemacht. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl, auf jeden Fall. Nee, es ist super. Und wie du sagst, auch eine ganz andere Wertschätzung. Ich habe meine Nähmaschine immer noch, obwohl manche sagten, schmeiß die doch weg, alt. Aber um ehrlich zu sein, wenn hier mal wirklich was kaputt ist, wird die rausgeholt. Und dann hast du eben noch die Möglichkeit, das auch wieder zu reparieren. Und das relativ schnell. Und das sind schon so Dinge, die ich auch hochgradig wertschätze. Und ich habe auch das Gefühl, dass das eben bei vielen so wiederkommt. Weil man auch ja einfach heute von dieser ganzen Automatisierung irgendwie so übersättigt ist. Und eben nicht dieses Gefühl, auch diesen Stoff anzufassen, auf was du sagst, der verzieht sich, kann ich wieder von singen. Dass das dann eben nicht funktioniert. Darf man echt üben, mit welchen Stoffen man auch dann hantiert. Und dass man einfach auch ein Gefühl für so einen Stoff bekommt. Wie wertig ist der eigentlich? Also da muss ich schon sagen, dass wenn man jetzt über Mode und allgemein über nachhaltige Mode diskutiert, dann immer mehr Menschen, sagst du ja auch, darauf auch achten. Und dann lieber ein Kleidungsstück weniger kaufen. Aber dafür dann eben eins, was dann auch auf der Haut sich wohlfühlt. Das ist ja auch der andere Aspekt. Was man eigentlich an toxischen Substanzen an die Haut ranlässt durch Kleidung. Wenn es nicht nachhaltig produziert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich kann mich noch erinnern, früher bestimmte Jeans kriegte man einen Ausschlag von. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Aber das gibt es ja auch. Dass man schwarze Kleidung auf jeden Fall erstmal waschen soll. Weil sie sonst eben bei empfindlicher Haut Reaktionen auslösen. Ich denke, das zählt alles mit ein, dass wir im eigenen Interesse quasi das Thema nachhaltige Mode hochhalten sollten. Absolut. Also ich glaube, mittlerweile ist es relativ etabliert, dass man weiß, du bist, was du isst. Also dass man einfach weiß, man sollte möglichst naturbelassene Lebensmittel zu sich nehmen, nicht zu verarbeitet, möglichst keine E-Inhaltsstoffe, für die chemischen Ursprungs sind und so. Das sind alles so Sachen, das wissen wir. Also da ist die Entwicklung oder auch einfach die Aufklärung schon so weit fortgeschritten, dass das relativ Usus ist. Bei Bekleidung ist es, stelle ich immer wieder fest, noch überhaupt nicht der Fall. Also wir, obwohl die Haut unser größtes Organ ist, achten wir relativ wenig darauf, was wir über die Haut aufnehmen. Also sei es jetzt natürlich dann auch diese ganzen, ja, die Toxine, die draußen in der Luft vielleicht rumschwirren oder so. Aber tatsächlich ist ja unsere Haut permanent mit Bekleidung, mit Stoffen, mit Materialien in Berührung. Und wir wissen zu 90 Prozent nicht, was da drin ist. Und das ist schon eigentlich ein bisschen spooky. Also dass man da immer wieder feststellt, wir vertrauen da total blind drauf, dass das schon irgendwie in Ordnung sein wird. Wir wissen aber überhaupt nicht, was wir über die Haut aufnehmen und in unserem Körper haben. Und wenn man natürlich sich jetzt dann die jüngsten Studien anguckt, Stichwort Mikroplastik, wie viele Inhaltsstoffe mittlerweile in unserem Körper tatsächlich auch einfach auffindbar sind, dann sollten wir eigentlich da schon ein bisschen mehr drauf achten. Machen wir aber nicht. Und die Frage ist tatsächlich, warum? Also warum beschäftigen wir uns nicht damit? Das finde ich eigentlich ist eine total spannende Frage. Aber also mittlerweile, wir überlegen so, ja, welche Creme schmiere ich drauf? Und ist da irgendwas drin, was ich jetzt nicht so geil finde? Also da ist sogar auch die Kosmetikindustrie schon sehr viel weiter. Aber bei Bekleidung oder sowas denken wir da einfach nicht dran. Und da gibt es ganz, ganz viele, ja, nicht schöne Stoffe, die man eigentlich, wenn man weiß, was es ist, wirklich nicht an sich ranlassen möchte. Mhm. Also ich kann das ja nur vermuten, beziehungsweise man geht ja immer davon aus, dass man eben, wie gesagt, man fühlt es und würde dann das und das nicht kaufen in der Regel. Aber ich habe eben auch schon viel Plastik gesehen und auch diese Polyester-Sachen. Also alleine, dass man so einen kleinen Elektroschlag kriegt, wenn man da irgendwo mit ist. Oder eben auch, dass es sofort entzündbar ist und so weiter. Das sind ja ganz viele Dinge, auf die man dann entsprechend achten muss. Was mich noch interessieren würde, du machst ja wirklich New Luxury Design aus Deutschland. Das ist so dein Slogan. Und wer ist denn deine Zielgruppe? Also wer kauft deine Mode denn? Ich kann nicht sagen, dass ich die eine Zielgruppe habe. Weil tatsächlich die Mode sich an jede Frau richtet, die eigentlich einen Alltag hat. Kann man so platt sagen. Also es ist etwas, dadurch, dass das sehr zeitlose Designs sind, dadurch, dass das sehr tragbare Designs sind, die natürlich das ganze Jahr über funktionieren sollen, die natürlich auch saisonlos sein sollen und eine Art universelle Wardrobe kreieren, also eine Capsule Wardrobe, die im Alltag von früh bis spät funktioniert, die man up- und downgraden kann, ob mit Sneakern, ob mit Perms, ob mit der kleinen Klatsch oder mit dem Kinderwagen oder was auch immer, ist es eine Mode, die tatsächlich über alle Altersgruppen hinaus funktioniert. Weil es immer auch ein Stück weit auf das individuelle Styling ankommt, auf den individuellen Stil, auf den Alltag und auf die Bedürfnisse. Und das ist das, worum es geht, dass der Alltag wirklich einfach so funktionieren kann, dass man sich um seine Klamotte eigentlich keinen Gedanken machen muss. Und das ist wirklich, also die Designs sollen dich von früh bis spät einfach gut aussehen lassen, gut fühlen lassen. Und du kümmerst dich um die wichtigen und die essentiellen Sachen. Und das ist tatsächlich etwas, was uns alle betrifft. Also wir alle sind ja, wie gesagt, egal ob jetzt 60 oder Mitte 20, einfach so in unserem Alltag auch verhaftet und müssen so viele unterschiedliche Tasks auch einfach erfüllen, dass wir da eine Bekleidung brauchen, die uns einfach da begleitet. Und das ist der Ansatz, der dahinter ist. Insofern, es gibt keine Zielgruppe in dem Sinne. Ja, es ist schon ein Empowerment der Weiblichkeit, weil man eben seinen Tasks folgen kann, aber trotzdem bei jeder Gelegenheit gut aussieht. Absolut. Also genau, darum geht es auch einfach, dass man die beste Version seiner selbst ist und sich gut fühlt, dass man einfach die Power hat, dass man rausgeht und tatsächlich ein Stück weit seine eigene Welt verändern kann. und da immer einfach die Energie hat und ja, einfach dieses gute Gefühl. Ich mache, also ich bin einfach im Alltag und bin voll bei der Sache und ich tue das, was mir wichtig ist und was für mich gerade die oberste Priorität hat. Ja, wow. Also da kann, denke ich mich, oder denke ich mir, sich viele angesprochen fühlen und das ist natürlich auch etwas, so ein Modeverständnis, was du da gerade sagst, oder dieses Anliegen, wie so ein Style aussehen soll, ja auch ein ganz toller Ansatz. Da kommt jetzt logischerweise, Nachhaltigkeit ist eine Selbstverständlichkeit, weil das eben auch dieses Empowerment und der Zugang zu einer intakten Umwelt halt mit integriert. Also das ist hochgradig spannend. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, also nee, es ist einfach also so genau, die Nachhaltigkeit, das ist ja etwas, was uns alle ständig begleitet und umgibt und also einfach so, für mich ist Nachhaltigkeit auch so viel mehr als hier biologische Materialien oder natürliche Materialien oder CO2 zu reduzieren oder sowas, sondern für mich ist Nachhaltigkeit ein Stück auch eine Lebenseinstellung. Es hat etwas mit Respekt für und voreinander zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass wir alle gut miteinander und uns selbst umgehen. Es hat etwas damit zu tun, dass wir uns gegenseitig empowern, dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir füreinander da sind, dass wir einfach auch gerade jetzt in diesen fürchterlichen Zeiten, in denen wir da auch immer alle mit vielen Themen auch von außen dann konfrontiert werden, dass wir einfach dann so ein kleines Rüstzeug haben, dass wir für uns und unsere Lieben unser Umfeld einstehen. Und das ist alles für mich Teil von Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man auf die Dinge, die einem wertvoll erscheinen, dass man auf die aufpasst. Und das ist genau sowas, dass wir da einfach ein ganz anderes oder ein viel stärkeres Bewusstsein dafür bekommen. Ja, finde ich sehr schön, dass man wirklich darauf aufpasst, was für einen wertvoll ist und dann logischerweise auch, wenn man jetzt an diese Zeiten gerade denkt, dafür einsteht und auch dafür kämpft, dass es eben entsprechend erhalten bleibt. Und das ist ja im Endeffekt den Weg, den du jetzt auch wirklich vorgelebt hast. Ja, ich danke dir sehr. Ich würde als letzte Frage noch gerne wissen, wie du ja jetzt die nächsten zehn Jahre so siehst. Also sprich, welche Vision du hast, wo willst du hin noch mit deinem Engagement, mit deiner Marke, mit deinem Label? Also natürlich möchte ich auch weiter wachsen, die Marke weiter etablieren. Natürlich ist es auch ein Stück weit das Ziel, da ein solides Fundament zu setzen in den nächsten Jahren, um auch wirklich eine der Marken zu sein, die auch diese Kategorie prägt, diese Nachhaltigkeit auf der anderen Seite, ist es jetzt auch tatsächlich mein Ziel oder meine Vision auch ein Stück weit aufzuklären. Also da einfach auch viel mehr Bewusstsein für das Thema auch zu schaffen und auch einfach diese Faszination für Materialien, die ich habe, die Möglichkeiten, die wir alle haben, jetzt auch durch die Digitalisierung, durch ganz viele neue Innovationen, dass ich einfach da ein Stück weit diese Begeisterung vielleicht auch mitgeben kann und da einfach mehr Leute auch dafür begeistern und inspirieren kann, da auch in diese Richtung oder auch insgesamt etwas zu tun, was ihnen Freude macht, was sie bereichert, was vielleicht auch andere bereichert und da auch einfach so diesen Samen zu säen, einfach mehr gerade Frauen auch ein Stück weit zu empowern, dass sie sagen, okay, ich möchte etwas auf die Beine stellen, also weil so viele, ich kenne so viele tolle Frauen, die so viel Potenzial haben, aber so oft das nicht nutzen, weil sie sich nicht trauen und ich möchte ein Stück weit auch dazu inspirieren, dass man sich einfach traut und einfach mal macht und sich nicht zu viele Sorgen oder Gedanken macht, was alles passieren kann und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit meine Aufgabe, dass ich da einfach ein bisschen Vorbild bin. Ich denke, Vorbild bist du auf jeden Fall und jede, die jetzt diese Geschichte jetzt heute gehört hat, wie es mit diesem kleinen Projekt, alleine dieses Wort, darf man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen, mit diesem kleinen Projekt gestartet ist und dann eben bis nach Paris, New York, in die Vogue und so weiter sich quasi so eins zum anderen ergeben hat, ohne dass du im Endeffekt richtig putschten musstest, sondern dass dieses ganze Thema so überzeugend ist und die Begeisterung im wahrsten Sinne des Wortes einfach ansteckt ist und eben auch der Wohlfühlcharakter für so eine Mode. Ich glaube, das macht auch sehr, sehr viel aus, dass man wirklich es spürt, nicht nur vom Design, sondern auch von der Qualität und von der, ja, wie soll man sagen, der Energie der Farbearbeitung, die in so einem Stück dann steckt. Die Liebe. Ja, klar. Genau, genau. Also das, das denke ich doch auch, dass da einfach so sehr viel mehr drinsteckt als einfach nur ein Kleidungsstück und das, das macht auf jeden Fall Spaß, ja. Und es ist von Prinzessinnen gewebt worden, oder beziehungsweise genäht worden. Das habe ich nicht vergessen. Genau, von Prinzessinnen für Prinzessinnen, ja. Ja, von, genau. Ich glaube, dass das wirklich spürbar ist und ich freue mich sehr und bedanke mich ganz, ganz herzlich, Julia, für das Gespräch und dass du deine Geschichte weitergegeben hast. Die, die jetzt neugierig geworden sind auf deine Mode, die finden die, ja, die Links natürlich in den Shownotes. Ich werde da alles reinwählen, dass sie auch deinen Shop finden hier in Berlin und sich das mal, ja, online oder eben auch live und in Farbe einmal ansehen können. Sehr, sehr gerne. Freue ich mich sehr und ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Besonders, dass es jetzt dein erster Podcast war. Also hervorragend. Cool. Ja. Ja, also dass ich das sein darf. Dankeschön. Gut. Alles Liebe und auf ganz bald und ganz viel Erfolg weiterhin, Julia. Vielen lieben Dank. Wünsche dir auch alles Liebe. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst beim Podcast Magic Brain Kicks. Dem Podcast für innovative Ideen, für Gedankenanstöße für dein Gehirn und viel Wissen über dein Gehirn. Ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du sie likest, weitersendest an Menschen, die das ebenfalls erfahren sollten und einen Kommentar hinterlässt und eine Bewertung. Auf meiner Website www.drmariahoffacker.com findest du meine Angebote wie Workshops oder Online-Trainings und ich freue mich sehr, wenn wir weiter in Kontakt sind und du viele Ideen aus meinem Podcast und entsprechende Trainings über oder durch meine Arbeit dann erhältst, um weiter dein Gehirns und deine Denkräume zu erweitern. Ich freue mich auf ein Wiederhören und noch mehr über ein Wiedersehen und verbleibe mit ganz herzlichen Grüßen, kick your brain und bis bald. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielen Dank.